Hallo, wie geht's dir? Letztens habe ich mich mit meiner Freundin für Punkt 16 Uhr verabredet. Ich war pünktlich, aber sie war sehr unpünktlich, über eine halbe Stunde. Und das war nicht das erste Mal. Ich mag Unpünktlichkeit überhaupt nicht. Und sie findet Pünktlichkeit ziemlich spießig. Ah, erst diese Aufregung und dann noch all diese Wörter mit pünktlich. Gehören sie eigentlich zusammen? Und warum hat das eine ein Un davor und das andere nicht? Das sind gute Fragen für unser heutiges Thema, welches lautet Vor- und Nachsilben. Nehmen wir uns mal die Wörter heraus. Du siehst, dass ein Wort verschiedene Wortbildungsbestandteile hat. All diese Wörter bzw. Ableitungen entstehen hauptsächlich durch das Anfügen von Präfixen, das sind Vorsilben, und Suffixen, Nachsilben, an die Wortstämme. Nehmen wir beispielsweise das Wort Unpünktlich. Was sind die Bestandteile dieses Wortes? Das heißt, was ist der Präfix, was ist der Wortstamm und was ist der Suffix? Das gleiche machen wir noch einmal mit dem Wort Unpünktlichkeit. Hier ist wieder Un, die Vorsilbe, Punkt, der Wortstamm und Lich und Keit, die Nachsilben. Lass uns noch an ein paar weiteren Beispielen etwas üben. Wir haben wieder Präfix, Wortstamm und Suffix. Nehmen wir die Wörter Kind, Fragen, Laden, Kaufen und Glück. Nun versuchen wir durch Anfügen eines Präfix bzw. eines Suffix das Wort zu verändern. Das erste Wort Kind könnte sein Kind, Lich. Kind ist der Wortstamm, Lich das Suffix. Das Wort Fragen. Man könnte es verändern zu Befragung. Hierbei wäre Be, die Vorsilbe, Frag, der Wortstamm und Ung, die Nachsilbe. Das nächste Wort Laden. Was könnten wir daraus machen? Richtig, entladen. Hierbei wäre Ent, die Vorsilbe, Laden, der Wortstamm. Das Wort Kaufen. Daraus machen wir Verkäuflich. Mit der Vorsilbe Fair, dem Wortstamm Käuf und der Nachsilbe Lich. Und unser letztes Wort Glück. Nehmen wir Glück als Wortstamm und Lich als Nachsilbe. Damit haben wir das Wort verändert zu Glücklich. Und nun auch noch ein paar Beispielsätze. Ich habe drei Sätze vorbereitet. Peter hat sich nicht so sehr verändert, dass anderen Leuten eine Veränderung aufgefallen wäre. Der zweite Satz heißt Es ist verständlich und ich habe dafür Verständnis, wenn du es nicht gleich verstehst. Und Satz Nummer drei. Es ist einerseits wunderbar, aber auch sehr verwunderlich, dieses Wunder der Geburt. Die Frage lautet nun, aus welchen Wörtern wurde durch Anfügen eines Präfix oder eines Suffix ein neues Wort gebildet? Machen wir den ersten Satz zusammen. Genau, wir haben hier einerseits das Wort verändert und hier das zweite veränderte Wort, die Veränderung. Hier wurde die Vorsilbe Fair und die Nachsilbe Ung beigefügt. Versuche es nun doch einmal alleine. Unterstreiche die Wörter, aus denen mit Präfix und Suffix ein neues Wort gebildet wurde. Kommen wir nun zur Auflösung. Richtig, wir haben im zweiten Satz die Wörter verständlich, Verständnis und Verstehst. Und in Satz Nummer drei haben wir die Wörter wunderbar, verwunderlich und Wunder. Hier wurde beispielsweise zu dem Wortstamm Wunder bei wunderbar die Nachsilbe Bar hinzugefügt. Und bei verwunderlich die Vorsilbe Fair und die Nachsilbe Lich. Noch eine kleine Übung zum Schluss. Zerlege die folgenden Wörter mit Trennstrichen und unterstreiche die Wortstämme schwarz, die Präfixe rot und die Suffixe blau. Die Wörter heißen Versuchung, Beschützen, Verlässlich und Erzählung. Ich zeige es dir an dem Beispiel Versuchung. Ich zerlege das Wort in Fair, Such und Ung. Such ist der Wortstamm, Fair ist das Präfix und Ung ist das Suffix. Versuch diesmal bei den anderen dreien. Jetzt kommt die Lösung. B ist die Vorsilbe, Schützen, der Wortstamm. Das Wort Verlässlich. Fair ist die Vorsilbe, Läs ist der Wortstamm und Lich ist die Nachsilbe. Und das letzte Wort Erzählung. Er ist die Vorsilbe, Zähl ist der Wortstamm und Ung ist die Nachsilbe. Nun hast du also gelernt, dass ein Wort aus verschiedenen Wortbildungsbestandteilen besteht. Zum einen aus einem Wortstamm, dem man einem Präfix oder einen Suffix hinzufügen kann und damit Wörter verändern kann. Damit sind wir auch schon am Ende angelangt. Also dann bis bald. Tschüss! Unsere Frau. Untertitelung des ZDF, 2020